Zehn Jahre gibt es das Portal Make it in Germany nun schon und ich persönlich kann mich auch noch gut daran erinnern, wie das Portal vor zehn Jahren an den Start gegangen ist. Das war nämlich im selben Jahr, kurz nachdem auch wir mit dem Portal der Bundesregierung zur Anerkennung von ausländischen Berufsqualifikationen live gegangen sind. Im selben Jahr, 2012, ist für Menschen mit ausländischen Berufsqualifikationen in Deutschland vieles einfacher geworden, denn die Fachkraft weiß einfach, mein Abschluss ist genauso viel wert wie der Abschluss einer Person, die den Abschluss in Deutschland gemacht hat. Nachweislich verbessern sich die Jobchancen und auch das Gehalt für diese Menschen und das sorgt letztendlich auch für eine nachhaltige Integration in den Arbeitsmarkt und für die Sicherung des Fachkräftebedarfs in Deutschland, wenn diese Menschen lange bleiben und ihren Lebensmittelpunkt in Deutschland haben. Um internationale Fachkräfte zu unterstützen, braucht es zum einen Fachportale wie unseres, zur Anerkennung zum Beispiel, aber es braucht auch allgemeine Anlaufstellen, wo ich Fragen zu Migrationsprozessen beantwortet bekomme, zum Leben in Deutschland. Und das tut Make it in Germany nun schon seit zehn Jahren, im Schulterschluss mit vielen Partnerinnen und Partnern. Und wir freuen uns, dass wir die letzten zehn Jahre dabei waren und freuen uns genauso auf die Jahre, die noch kommen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017